und die damit einen wunderschönen guten tag meine freunde und herzlich willkommen zurück zum ls 22 auf der old stream jetzt fragt euch was geht jetzt schon wieder ab weiß ich nicht fragt euch das wenn ja ist es nicht schlimm was geht ab die aber nee da harry anna harry keine ahnung die haben vorhin wieder irgendwas gemacht einer von beiden ist auf jeden fall da hinten auf dem feld immer noch beschäftigt mit dem grubbern ich wollte jetzt eigentlich schnell den steine sammler holen allerdings haben einen anruf bekommen haben wir den anruf bekommen und ja der harry oder die anna ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade nicht wer jetzt da ist ist bei einem landwirts kollegen dreschen daran gerufen hat gesagt ich habe auch so 39 hier dank gps sehen wir das ja alles schön habe auf der 39 noch zeug drauf es soll regnen und ich krieg keinen drescher ran also schnell hin wir ziehen das jetzt noch runter ich wollte es gerade eigentlich den steine sammler holen aber ich werde jetzt erstmal den anhänger mitnehmen und ganz kurz zur werkstatt bringen denn wir machen da jetzt die bordwände einfach schnell drauf damit wir da ein bisschen mehr mitbekommen damit wir einfach ein bisschen mehr zeug rein bekommen das ist halt schon ja es sollte recht fix gehen denke ich aber umso schneller werden wir fertig umso schneller umso weniger müssen wir eben abfahren schauen wir mal da machen wir einfach mal die bordwände drauf zack das ist okay haut die ruck funktioniert sehr schön na so so dann müssen wir mal schnell zum feld dann müssen wir allerdings auch wieder schnell wobei ja gut den steine sammler wir haben den uns den gemietet wir haben wieder den scorpion bekommen er war zwar jetzt nicht ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert dass wir uns den wieder gemietet haben weil er den eigentlich einem anderen versprochen hat der mehr felder hat aber mein gott ja wir kommen mit dem einfach schneller voran als wenn wir da jetzt den kleinsten uns gemietet hätten denn hätte er uns auch gegeben so ist es nicht aber den wollte ich jetzt nicht ja ich habe gesagt nee gibt mir bitte den großen weil dann können wir einfach schneller weitermachen das ist das ist mir halt lieber ja wir wollen halt schnell vorankommen und ich zahl auch den vollen preis das sind dann so was haben wir jetzt zahlen müssen ich glaube 1000 irgendwas haben wir jetzt dafür gezahlt halt miete ach ist teuer im endeffekt ist es richtig aber mein gott wir brauchen es halt jetzt gerade und lieber bin ich mit dem größeren unterwegs als mit dem kleinen dann bin ich auch gewillt diesen preis zu zahlen das ist wichtig manchmal ist aber auch jetzt nebensächlich so wir müssen jetzt schnell zum feld stellen den hänger hin oder warten kurz je nachdem wir können auch abtanken denke ich mal im je nachdem wo jetzt gerade ist schon es müsste direkt hier rechts sein genau das sieht doch hier schon stark danach aus und da kein vorgewände macht doch nicht so gut warum nicht das ist ja ziehen wir ihm das schnell runter ist ja kein problem kriegen wir hin und das sollen wir glaube ich zur getreidemühle aufbringen hat er gesagt wenn ich mich recht entsinne hat er hat uns einen auftrag gemacht extra dafür ernte getreidemühle genau da soll man es dann auch noch hinbringen das ist ja kein problem das machen wir das bekommen wir hin haben wir ja schon erfahrung mit drin dahin zu fahren ja so ist das ruckzuck hat man dann doch wieder was anderes zu tun aber ist es egal wir müssen uns beschäftigen wir beschäftigen uns und ja das wetter ist halt wirklich so ein bisschen und es ging ihm jetzt einfach darum dass es eventuell noch regnen wird auch wenn es erst heute mittag nachmittag ist aber wir wissen alle wie schnell das wetter umschlagen kann und deswegen haben wir das jetzt noch schnell runter wir haben den drescher genau für solche arbeiten haben wir den drescher und wir wollen die nutzen und das lohnt sich dann wunderbar so ich denke wenn wir jetzt runter fährt dann tanken wir einfach nebenbei schnell ab ich hoffe wir kriegen dass wir den bordwänden überhaupt hin das weiß ich gar nicht das haben wir noch gar nicht probiert oje jetzt habe ich die bordwände dran gemacht und im schlimmsten fall geht es gar nicht ich sehe es schon kommen ich bin gespannt aha schon interessant guten tag tschüss gucken wir mal ob das überhaupt funktioniert war mal raus das ding ja doch das funktioniert sehr gut sondern tanken wir den direkt ab können wir ja gerade gut machen und dann kann er direkt weiter legen weiter machen weiter legen genau 80 prozent waren ja schon drinnen ungefähr ganz raus kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht aber da hätten wir uns auch hinstellen können wir haben uns jetzt da vorne hinten an die straße da extra hingestellt das war's wir haben anscheinend schon leer bekommen direkt einmal sehr gut wunderbar so dann schauen wir mal auf unserer wunderbaren gps karte weit die gute der gute ich habe jetzt ganz gut wer im drischersitz sind aber ist aber schon fast fertig das ist gut weil dann können wir da einfach mal sagt die steine wieder weg und wiesenfläche haben wir ja immer noch nicht das also preislich ist immer der echten immer noch so bei manchen dingen wo ich noch nicht weiß in was wir investieren wollen an wiesenfläche zb das ist noch so ein bisschen fraglich achten habe ich schon mit dem ortsvorsteher gesprochen aber er hat gesagt er musste erst mal die liste durchgehen ja da musste ich erst mal die liste noch mal anschauen also die haben ja irgendwie so eine tabellische liste da wo wer was verpachtet und so was man ja so kennt und da muss er erst mal schauen er wüsste jetzt nicht direkt was er mir anbieten kann das einzigste wo er weiß ist dass das die 58 59 56 also diese untere hälfte hier diese hier dass die zum verpachten ist die ist verpachtet die werden jetzt aber neu verpachtet aber da habe ich jetzt eigentlich ja nicht so das interesse dran für uns wäre es lukrativer eher so in diesen gegenden also da bin ich ja vielleicht können wir ihn überzeugen ich weiß es nicht sind wir mal ehrlich es liegt bei uns auf dem hof am hof direkt das ist für uns doch viel interessanter als für sonst wen und dass das ein wiesenflächen soweit ich weiß die sind aber zum kaufen sind das wiesenflächen ja das sind wiesenflächen die sind aber zum kaufen das hier ist halt ja 15 tausend ist halt klein das sind aber flächen die können wir notfalls auch direkt kaufen das werden wir sehen also wenn alles gut geht eine fuhre zwei fuhren dann sind wir hier durch das wäre perfekt auf jeden fall das wäre super ideal wir warten da oben wir könnten eigentlich mal schnell seinen schneidwerkshänger hier reinstellen geht wunderbar dass er den dann gleich parat hat am besten so wunderbar hallo die ruck so weil dann hat dann hier stehen da muss er nicht extra an der straße das ganze wieder machen das ist ja manchmal auch echt ein bisschen blöd so dann fahren wir mit ihm wieder runter dann warten wir mal kurz so na komm auf auf trau dich trau dich trau dich ach ja also eine sache wollte ich vielleicht noch sagen jetzt habe ich bei der letzten folge jetzt ganz vergessen falls mein mikro oder so falls das zu laut sein sollte ja ich werde das noch korrigieren also ihr könnt es gerne mal in die commis schreiben wenn euch das empfinden ist dass es zu laut ist vielleicht spreche ich auch einfach zu laut das kann natürlich auch sein ich habe gerade so ein bisschen ja krankheitssymptome dann kriege ich das vielleicht gar nicht so richtig mit ob ich jetzt zu laut spreche oder nicht aber ihr könnt es gerne mal wie gesagt in die kommentare schreiben karten wünsche falls irgendjemand eine idee hat welche karte so ein bisschen ja richtung oder welche karte interessant sein könnte dann könnt ihr mir die gerne auch mal in die kommentare schreiben denn ich suche immer noch so eine karte für mittlere bis große maschinen aber eben nicht so nordfriesische marschmäßig sondern schon irgendwie was anderes aber ich weiß halt leider gottes nicht was was ist das schwierige daran ich weiß nicht was da interessant sein könnte und deswegen ja also ich habe mir jetzt eine runtergeladen die will ich mir mal anschauen vielleicht ist das was interessantes muss ich gucken na aber wie gesagt falls ihr da irgendeine idee habt dann schreibt es mir gerne in die kommentare und vielleicht ist die ja was vielleicht ist die das wo ich sage jo das isse so 59% haben wir im hänger muss ich mal ganz kurz unsere beschadigen nutzen so sekunde kurz entschuldigung ich musste mal ganz kurz das nächste putzen so wir sollen mal gucken wie das ganze hier weiter geht ja müssen wir mal schauen pferde werden auch was interessantes aber wir haben halt keine möglichkeiten um bei uns jetzt auf dem hof direkt am hof pferde zu halten also da müsste man dann mal noch schauen in der nahen zukunft ist aber jetzt auch alles mir erst egal kühe sind das was kommen wird wir können sie uns auch theoretisch schon leisten also wir haben das jetzt noch mal durchgerechnet aktuell ist es aber auch so dass wir eben noch keine wiesenfläche haben also wir hätten gerne erst die wiesenfläche damit wir dann auch auf jeden fall schon mal gras für die kühe hätten das ist so das wäre so unser wunsch wir haben mit einem landwirten gesprochen der hat schon gesagt hey das ist kein problem weil er hat uns auch so gefragt was wir so an tieren uns vorschwebt und mit dem haben wir schon gesprochen und er hat gesagt das ist kein problem er hat jede menge heuballen er hat jede menge gras er hat immer sehr sehr viel davon da um es im notfall auch zu verkaufen und er würde uns da auch aushelfen dann notfalls je nachdem wie viel wir benötigen würden also vom prinzip her wäre das kein problem jetzt schon direkt mit den kühen loszulegen bis auf die kleinigkeiten die noch repariert werden müssen ja das haben wir ja schon besprochen in den letzten folgen da ist der harry ja gerade dran jetzt gerade natürlich nicht weil er jetzt gerade mal kurz ein bisschen ackert was aber auch mal sein muss und ja der ist da gerade dran ja das wer ist das ja ok da ist er gerade auf jeden Fall dran und er kümmert sich gerade um den um die Reparaturarbeiten und sowas und wie gesagt Leli kommt ja morgen erst das heißt also ja wir werden dann vielleicht Ende diese Woche frühestens nächste Woche oder sowas ähm vielleicht wirklich mit den Kühen arbeiten können schauen wir mal schauen wir mal wir sehen ja jetzt auch Feld 2 Weizen an das heißt Stroh bekommen wir da oder Weizen oder Gerste müssen wir mal schauen was wir da am ehesten nehmen würden unser Plan ist eigentlich gewesen Weizen auf die 2 anzusehen allerdings ja wir könnten auch Gerste müssen wir mal schauen müssen wir mal schauen was wir da am ehesten machen was hat er jetzt gemacht er hat jetzt aufgehört und rennt jetzt einfach weg ist ja schlimm so Hilfe nein also das ist ja kaum hier was denn das ist ja fies so wir fahren jetzt mal schnell die Bahn hier und ich muss noch mal ganz kurz mal die Nase putzen das ist ja gerade schlimm so wir machen das mal schön fertig hier vor allem was jetzt mal richtig cool ist man sieht jetzt schön wie er da vorne alles schön gemacht hat also hat hier wirklich an sich alles hier weggemacht der Helfer nur vorne an der Straße nicht also vermute ich mal dass es einfach ist weil dort eben die Straße ist ich habe das letzte Mal schon gesagt gestern im Stream also für mich gestern im Stream für euch war das dann vor drei Folgen ich habe den Stream komplett rausgehauen ich habe ihn nicht gekürzt ich wollte ihn kürzen aber ich habe den am Stück rausgehauen also vor drei Folgen müsste das gewesen sein Stream Folgen sind immer markiert mit Stream zum Beispiel aus Stream oder sowas also ich werde da irgendwas rein machen vielleicht auch einfach ein Rack-Symbol dass man dann weiß okay okay das war aus dem Stream das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit dass ich einfach das Rack-Symbol dann dahin mache und dann wisst ihr hey ah okay das war eine Stream-Folge wenn ihr mal dabei sein wollt in einem Stream twitch.tv mychaos.de Link ist aber auch in der Videobeschreibung da könnt ihr auf jeden Fall dann auch mal dabei sein wenn ihr Bock habt so jetzt hauen wir das mal schnell rum und machen schön sauber wieder das übliche Prinzip eben liefern das Ganze ab den Rest können wir behalten hat er wieder gesagt das hat er extra noch gesagt er hat ein gewisses Kontingent was er halt abliefern muss alles was drüber ist können wir behalten oder auch abliefern und dafür dann die Kohle einkassieren ich denke das werden wir auch machen wir kennen das Prinzip ein bisschen Kohle einkassieren schadet nicht und dementsprechend gehen wir natürlich auch mit der Dienstleistungssumme runter so einmal zurück und einmal rum da vorne müssen wir nochmal hin wenn dann wollen wir es einigermaßen richtig machen auf jeden Fall ja der Deutz macht auf jeden Fall seine Arbeit die er machen soll die macht er gut also wir können auf jeden Fall sehr zufrieden sein muss ich sagen wir können da sehr zufrieden sein dann hauen wir das gleich da rein also da drauf auf den Schneidwerkwagen wieder alles schon mal abmachen hier hat super funktioniert oh ja wir haben ja ja ich stimme wir haben ja magische Zauberkräfte ist das nicht schön ist das nicht schön okay also meine Freunde wir fangen ab liefern ab und wir verabschieden uns aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen wenn ihr wie gesagt mal im Stream dabei sein wollt twitch.tv mykaos.de Link in der Videobeschreibung wenn euch das ganze Video gefallen hat ein Daumen nach oben wäre mega und falls ihr noch nicht abonniert habt dann hier Abo ja ich versuche nach Möglichkeiten regelmäßiger wieder Folgen rauszuhauen ich gebe mein Bestes verzeiht mir wenn es nicht immer so funktioniert Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und wenn irgendwas Dringliches ist könnt ihr auch über Twitter mich anschreiben vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Chaos ciao